So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich hab den Daumen dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an ganz klassisch Goblins gegen Mehrvolk. Ja, wer schlägt her dazu, ne? Wer schlägt her dazu, beziehungsweise in diesem Fall cheatet Goblins her so ein bisschen. Wir haben nämlich Food Chain Goblins. Stimmt. Dementsprechend eine Combo-Version von Goblins, die halt Combo sein kann, nicht Combo sein muss, aber Combo sein kann. Von der Hand her, das war das Wasteland auf der Hand. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Für Mehrvolk? Ja. Ja, kann aber ganz gut sein, die Tundra, äh, nicht die Tundra, die... Taiga. Taiga ist ja die, neben den Ignorbel, die 1. Grünquelle. Ja. Ich hatte den Auge oder Fokus an. Egal, das habt ihr nicht gesehen. Oh, fuck. Malo 5. Das ist natürlich Schrott. Ja. Vor allen Dingen für Food Chain Goblins, das ist halt dann auch noch ein Combo-Deck. Die mögen Malogen ja eh nicht so. Die Combo ist tatsächlich sehr natürlich in diesem Deck drin. Es besteht eigentlich nur aus 5 Karten. Und der Rest ist, genau, 4 Food Chains und einmal diesen Goblin. Und der Rest ist eigentlich ein normales Beatdown. Ich hau dir ins Gesicht. Goblin-Deck, was ganz cool ist. Aber, ähm... Kann halt beides. Ja, gerade durch Muxus halt. Den legt man hier drunter. Mutig. So. Ja. Mehr Edged Foiling auf dem Board. Äh, welcher ist das? Das ist der, der Platz 1 kriegt, wenn der Gegner dann Insel kontrolliert. Und Kika, du kannst ein Land zu einer Insel machen. Yes, das sehr vernichtend für das Deck sein kann. Mhm. 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 Ja, Island Walk ist dann halt auch, äh, safe. Ja. Mehr Islands. Äh, Low Up. Ja. Ein Haufen 2. Wer haut zuerst zu? Kannst auch reinhalten. Ja, ja. Hier könnte man maximal mit, äh, wie heißt das? Tarfire? Tarfire, ja. Ein rotes 2 Schaden schießen. Ein Goblin-Spot. Mhm. Wichtig. Goblin-Tribal. Kann man mit, äh, Matrone suchen. Ja. Matrone Goblin-Kart sucht. Äh, da war, was kann ich grad sagen, da war noch ein anderes Land. War doch früher auch gemacht. Ja, 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 ja. Da war Tarfire sogar. Uh, und Fury, der, oh mein Gott, da ist er. Da ist er. Der Squee. Ach ja, den aus dem Exile-Casten. Den kannst du von überall her cast. Genau. Exile oder Grave. Ja, Sideboard nicht. Korrekt. Auf dem Sideboard geht's nicht. Noch nicht. Ähm, da ist der nächste Squee. Wahrscheinlich, der der Squee. Den kannst du einfach, da steht einfach drauf, can be casted from everywhere. Ja. Du kannst den wahrscheinlich sogar aus dem Ordner cast. Genau. Hier wird nichts gemacht. Da wird wahrscheinlich dieser... Äh, äh... Ach so, ja. Der Flash-Goblin wird wahrscheinlich benutzt. Äh, du meinst mehr Erfolg? Äh, mein ich ja. Aber, ja. Auf der anderen Seite, äh, Fury im Goblin-Mainboard. Ich glaub, einmal oder so. Einmal, zweimal. Das brauchst du halt schon. Kannst dir halt erlauben. Es ist halt ein Free-Spell. Aber... Boah, ich weiß nicht, wie großer Fan ich davon bin. Das machen viele aktuell. Wahrscheinlich auch einfach wegen Delver. Ja, du kannst halt damit genug abgeräumt, ne? Du kannst halt vier... Bis zu vier Kreaturen abräumen. Oder eher. Meistens sogar drei. Genau. Das ist der... Der günstiger macht und, äh... Eile gibt. Eile gibt. Dementsprechend kann das jetzt sogar gut sein, dass man hier den Typen drin hat, der den tappt. Ja. Okay. Wenn man jetzt ein Land zieht, kann man Lord ziehen und für sechs zuhauen. Oder man kann coolen Stuff machen. Mhm. Das ist die Frage. Man hat noch ein Wasteland auf der Hand. Jo. Noch ein Wasteland. Dann würde ich, glaube ich, sogar die Talga wasten. Hm. Warum? Ja, okay. Wegen Grün. Wegen Foodchain. Ja. Du weißt, dass... Also er sollte wissen, dass es Foodchain-Goblins ist. Oder beziehungsweise es bisschen sein, weswegen Grün da ist. Und, ähm... To be honest. Ja. Also es ist ein Black-Border-Duel. Das muss man Wasteland. Es ist ein deutsches Black-Border-Duel. Ja, ja, ja. Man will ja hier nicht den nicht höher loben, als es sein muss. Aber die Hand ist Muxus und Matronen nicht richtig sehr. Mhm. Dann können wir jetzt erstmal den, äh, Lord Nummer zwei. Ja. Das ist ein Phantasmal Image, glaube ich, noch auf der Hand. Genau. Auch sehr, sehr stark tatsächlich. Einfach, weil es mehr Lords bedeutet. Ja, oder mehr Value. Ja, aber du kannst leider nicht flashen mit den... Ja, stimmt. Aber du kannst halt die ganzen Shenanigans machen. Ja, ja, genau. Genau, genau. Und zwar ein True Name, der, wenn er getargetet wird, geopft wird... Ach, warte. Äh, wird schwierig. Mhm. Mhm. Jetzt wird doch die Mutterwold aktiviert und für sechs gehauen. Uff. Gut, auf der anderen Seite Hardlife. Ja. Und man hat noch ein Wasteland auf der Hand, glaube ich, ne? Mhm. Das heißt, man kann den Gegner in der nächsten Runde into the Stone Age bomben. Ja, vor allem, wenn er halt wirklich, äh, kein Land zieht. Und wenn man das dann sieht... Die Matrone kostet vier. Ja. Ähm, ja, okay, war ein Mann auf... Nee, Matrone kostet drei. Matrone kostet drei. Kostet drei? Der Ringleader kostet vier. Ja, stimmt. Der Ringleader kostet vier. Aber die Matrone... Der, der nie Goblins findet. Genau, genau, genau. Also, der Ringleader spielt ihn. Ach stimmt, der kostet jetzt ein wenig. Genau. Jetzt könnte man... Was kann man für zwei suchen? Den, der Goblins opfert für Mana, bringen... Piledriver. Piledriver, ja. Schutz vor Blau. Relevant in diesem Matchup. Ja. Und damit aktuell ein echt guter Blocker. Ja. Und auch ein echt guter Bieter. Ja. Wenn man unbedingt möchte. Aber... Ansonsten für zwei, den man opfern kann, Ignobel Hierarch, im Ernst. Hm. Ja, Ignobel Hierarch könnte halt... Äh... Tatsächlich... Was soll ich sagen? Random Arm? Ja, tatsächlich ist es eine Interaktion gewesen, wo ich kurz was erklärt habe, was Freuling. Und zwar, links unten ist immer zwischen dem Künstler und dem Copyright ein Punkt. Hm. Punkt, sondern ein Stern. Das selbe haben sie bei Yu-Gi-Oh-Karten, äh, bei Pokémon-Karten auch gemacht, mit dem Holo-Stern. Ja. Und, äh, dieser Stern ist tatsächlich etwas, was neueren Spielern, die sich die Karten halt nicht mehr so genau angucken, wie früher. Ähm, was nicht an den Leuten liegt, sondern einfach nur darum, dass wir einfach uns nicht mehr so lange, uns so intensiv mit den Einzelkarten beschäftigen, weil wir zu schnell rotieren. Das war doch jetzt auch bei Kami-Gawa, wo du dann quasi, ähm, die, den Stern hattest, auf einer Karte, die nicht voll war, wo der Back dann voll war, weil es falschrum in die Druckerpresse kam, ne? Genau. Äh. Ah, da wird ja Goblin gespielt, der Mana macht, wenn man Goblins opfert, da will man nächste Runde Muxus spielen. Gibt es Spoiler-Alarm, mit zwei Wastelands, schwierig. Ja. Erstmal Image of Lord und dann ab in die Fresse. Die Frage, man muss dann schon beide Wastelands zocken, um safe den Muxus vom Board zu halten, ne? Ja, aber meiner Meinung nach zählt das gerade auch eine ganze Menge, dass er kein Land gedroppt hat, dass er den Goblin sucht, den Mana sucht, also, das zählt sehr, sehr viel, ja. Und, ähm, ja. Das, äh. Ich würde da halt beide Wastelands cracken. Es ist halt, es ist halt so schwierig, das andere sind halt, ha, so viel Damage. Ja, the greed is real, ne? Auf der anderen Seite hast du da jetzt halt 3-3, 3-3, das ist ein neuer Schaden. Du kannst den jetzt halt auch, ja okay, du kannst den jetzt halt auch einfach umboxen, ne? Und der muss blocken. Du kannst ihn halt dazu zwingen, zu blocken, was ähnlich funktioniert wie ein Wasteland, weil du ihm auch damit Mana glaubst. Stimmt. Du kannst trotzdem, also, wenn du jetzt die Mutter-Volt aktivierst, muss er auf jeden Fall blocken, zumindest einen Goblin und du hast noch ein Wasteland. Ich würde mit allen 3 angreifen. Ich würde mit allen 3 angreifen. Das sind ein 4-4er, ein 4-4er und ein 3-3er. Das sind 11 Damage. Das ist Liefel. Das sind 4-4er? Yes. Weil er ist 2-2 und kriegt 2-2 durch die Lords. Und das sind genau 11 Damage, das wäre Liefel. Er muss mindestens mit einem blocken. Das ist wie ein Wasteland und dann Wasteland man auch. Ja, dann Wasteland zocken. Wahrscheinlich auf grün. Dann geht man runter auf 3 Leben, glaube ich. Ja, 4 Leben. Okay, auf... Ja, man hat die Food Chain, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja, stimmt. Wenn die Food Chain nicht kennt, geht man so. Ansonsten wäre ich auf jeden Fall auf die andere gegangen. Wegen der Food Chain. Oh mein Gott, das kann doch mal ein richtiger Turning Point werden. 1, 2, 3, 4... Gibt man runter auf 2 Leben. Oh mein Gott. 5, 6 durch den Lord. Muxus-Trigger. Jetzt wird es lustig. Eine Matrone, 2, uff, uff, uff. Da ist noch eine Food Chain und ein Muxus. Das sind nur in Anführungsstrichen 4 Goblins. Also noch den Matrone-Trigger. Ja, okay. Genau, plus noch den Ding-Trigger. Den Ringleader-Trigger. Das ist schon gut. Und der Muxus haut gleich für 1, 2, 3, 4... Die haben halt alle Eile. Ja, aber der Muxus hat keinen Trampel, oder? Nee. Der Ringleader war immer wieder super. Ja, klassischer Ringleader. Und dann kommt noch die Matrone. Ja. Matrone. Boah, ich weiß gar nicht, was ich hier suchen würde. Boah. Ja, die wunderschönen, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Set die Goblins sind. Die, äh, ach, da waren ganz schnell die kleinen Lackays. Ich glaube, sie sind aus einem From the World. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. From the World oder Versus? Eins von beidem. Ich glaube, From the World. Das Versus sind beide Goblins was anderes. Äh... Ja, weil es halt keinen Old Border voll gibt. Den gibt es zwar in Old Border, aber es ist eigentlich Old Border voll. Das ganze Deck von, äh... Stimmt. Patrick ist ja voll bis auf die Duels. Dementsprechend weiß er natürlich immer, wenn er die Duels zieht. Ja. Also das würde ich ihm als Judge natürlich... Ähm, nein, was beiseite. Ähm, das... Oh, ich weiß gar nicht, was er hier nehmen kann. Aber es macht halt Sinn, der hat den Kiki-Kiki, den kann er reinbringen, der nützt mir aber gerade nicht viel, weil er nichts hat zum Schaden schießen. Ähm, zumindest nicht für Direct Damage. Ähm, er könnte halt den entweder einen zweiten Muxus nehmen oder den, der schießt, genau. Okay, doch nicht, der, der schießt. Noch eine Matrone. Matrone in Tomatrone, okay. Äh, nächste Runde abzusetten. Vielleicht. Die man noch nicht erlebt. Wenn man angreift. Also, wenn man angreift, wird es schon schwierig. Aber, da ist halt 20 Schleben rausprügeln, das ist halt ein bisschen schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, man hat hier, naja, man hat halt nur zwei Mana nächste Runde. Und das ist ein grünes und ein rotes, weil man kann den nicht für Mana tappen. Kann man schon, ist aber tot. Ja, einmal kann er es noch tappen, dann fällt er tot um. Ähm. Und du siehst, du siehst noch das Wrestling vom Gegner, ist halt alles nicht so geil. Plus die eine Handkarte war was? Das weiß ich gerade nicht. Mir. Aber, ja, ist ein Beat. Und das ist automatisch der Loose. Äh, mir wird jetzt auch nicht viel einfallen, was da jetzt noch kommen könnte. Außer, weil das ist so problematisch, sag ich mal, lässt den Lecky durch, obwohl, den kannst du eigentlich durchlassen. ne, Lecky-Gee ist hier nicht durchgelassen. Du blockst den, den anderen. Ja. Ja, dann, du hast da 5 Damage. Und dann, what? für jeden anderen Goblin, der muss nicht mit angreifen. Ja, das ist nicht der Piledriver. Ne. Und dann geht der Combat aus zu Mehrfolg 1-0. Jo, äh, Sideboarding, Blue Elemental Blast und Red Elemental Blast. Ja, zwar genau in der Summe. Und zwar am besten 4 und 4. Ja, es ist wirklich strange. Ich weiß gar nicht, was Goblins... Ravensform kannst du spielen. Ja, Ravensform für Mehrfolg, klar. Was natürlich ginge, was natürlich auch ein bisschen vernichten wäre, wäre, wenn Goblins hier ihren Ding drin hätten. Ne, Black Engineer. Uff. Ja. Ich wüsste aber nicht, ob ich den reinnehmen würde, weil der Gegner hat Phantasmal Images. Das ist halt, das ist halt, nehm ich so ein zweischneidiges Schwert ab, was du möchtest, oder nicht? Der hat ja, glaube ich, eine Menge von drin, ne? Oh, Weilstadt. Zwei Stück. Und nur ein Land? Ne, zwei Länder. Zwei Länder? Ach Gott, das ist so ein Land, habe ich nicht gesehen. Goblin, äh, Lecky, Go? Mit den wirklich coolen... Ne, Ignobel. Ignobel. Mit den wirklich coolen, äh, Holztokens. Mhm. Holztokens für MTG, warte mal. Ne. Äh, ähm, ja, ne? Ne, Storne kann man das Ding in, 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 in denk verwandeln, in eine Insel. Stimmt. Drei Mana, da haben wir noch kann halt hier schon... Alter, dieser Ignobel ist schon stark, also dieses Mana, was they rampt. Vor allen Dingen, äh, auch die Power, die der bringt. Uh. Mit dem, äh, Exalted Trigger ist halt auch manchmal echt... Ja. Uh, das ist ne... Uh. Äh. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Oh, ein Wasteland? Du willst jetzt kein Wasteland zocken, bist du schon hinten dran. Na, pff. Viole, Wasteland, return, den, 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 letzten Zug. Ja, okay, stimmt. Also man ist jetzt wieder bei, bei Turn 1. Nur das beiden Handkalabär haben. Und der, Goblin-Spieler. Viole, der ist wieder auf drei Mana. Das ist ganz normal. Solange der jetzt nicht nochmal in den Crater Maker kommt. Hm, das wär schlecht. Yes. Crater Maker, Foochain wäre jetzt auch nicht so geil. Foochain wäre jetzt auch schon, schon sehr gut, ja. Ähm, ansonsten, hm, mehr Erfolg wird jetzt mal noch einen Zug wahrscheinlich wenig machen, bis gar nichts. Wie gesagt, man kann halt eine Insel verwandeln, wenn man möchte. Ja, das kann man definitiv. Ja, das ist der Typ, der Eilegeber, der Eilegeber, Achso, der günstiger Macher. Günstiger Macher und Eilegeber. Und, Edelmutträger. Ja, exalted. Ja, eine Marke drauf, Draw, wieder hoch, das ist der Tapper. ja. Hm. Da kannst du halt, das Triggerino kannst du halt einfach auf der Hand behalten. Ja. Und fertig. Ja. Oder du gehst halt wirklich hin und machst eben hinten das Ding zu einer, zu einer Insel. Ne. Aber hier wird der, der Triggerino gehalten. Auch nicht schlecht. Der Upkeep. Dieb. Äh. What? Hier hätte ich den Mana-Dude getappt. Ja. Einfach nur, weil es eine Art von Port gewesen wäre. Es wäre ein Schadenport gewesen. Jupp. So, jetzt hat man noch vier Mana. Ja. Zwei Schaden. Ja. Und wahrscheinlich, Ringleader? Ringleader. Ringleader, ja. Mal sehen, wie viele Länder der diesmal aufteckt. Jetzt, je nachdem, kann das halt eine Menge sein. zwei, drei, vier. Ja. Draw three, das ist okay. Ja, drei auf die Hand nehmen ist okay. Ja. Und vor allem mit Kikiiki. Ja, ja, genau. Das ist schon stark. Das kommt der auch noch für zwei. Ja, für drei. Der ist zwei. Edelmut. Ignoble Hierarch gibt Edelmut. Das ist so ähnlich. Ach stimmt, der war ja 2-2. Stimmt. Genau, der ist 2-2. Ne, vier Mana-2-2. Wie die meisten Goblins tatsächlich aus dieser Zeit. Dementsprechend, ja. Den Kicker-Dude, der eine Dings zu einer Insel macht, den kannst du nicht über die Weile reinbringen. Kannst du schon? Kannst du schon, dann macht der halt nichts. Ist die Frage, ob man das hier hochvaluet, dass man da eine Insel draus machen kann. Weil man hat halt immer noch den Ignoble, der halt alle Mana-Farben auch macht. Dementsprechend weiß ich nicht. Man könnte sich höchstens die Ancient Tomb vornehmen. Plus, wenn man einen Lord auf der Hand hat, ist halt der Hit safe. Aber das ist die Frage, ob hat der Backswing gemacht. Weil jetzt ist man halt schon auf 14. Okay. Leben. Man hat ja nicht reingebracht. Man nimmt die Weile auf 2. Draught. Das ist ein Rechardin-Port. Dude. Der Dockend. Ja. Der Dockend. Dann wird wahrscheinlich das Ancient Tomb zu einer Insel gemacht und in der... Angriff. Okay. Ah. Interesting. Kicker. Kicker. Ah. Okay. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass das andere geht. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das Deck Forzafeld spielt. Vermutlich schon, weil es Mehrfolg ist. Und ich habe jetzt zwar keins gesehen, aber jetzt hat er eins. Ja, da hat er jetzt endlich den Weile-Schaden-Port-Move gemacht. Ja. So, und jetzt? Bedeutet halt jetzt auch, dass der Gegner halt kein schwarzes Mana drauf hat. Man hätte jetzt drauf... Stimmt, ja, man kann den mit den Dude für Black Mana kann man nicht spielen. Das war... Man hätte drauf reagieren müssen und hätte den ähm... den tappen müssen für ein schwarzes und hätte den mit Filter drüber flashen können. Ja, den... ähm... Der Schaden schießt an der Kreatur. Genau. Genau, aber man ist ein Expert. Kompetenz hier halt jetzt immer noch mit sechs Handkarten gegenüber den drei Handkarten von Mehrfolg. Das ist halt schon gut. Der Ringleader ist halt manchmal so gut und manchmal echt scheiße. Ja, ja, ja. Das ist wirklich so. Das ist schon krass. Äh... Aber... Ist die Frage, was man jetzt hier macht? Ich meine, man hat wirklich, wirklich, wirklich viele Optionen. Mhm. Aber... Ich sag mal, grundsätzlich sehe ich halt schon Favorite auf Goblin-Seite. Alleine wegen Food Chain, meiner Meinung nach. Ja, jetzt gerade auf jeden Fall mit dem langsamen Start von Mehrfolg. Ja. Mehrfolg hat halt noch einige Tricks auf Lager, wo wir uns auch noch ein bisschen was nachziehen können. Ich habe jetzt auch schon den Mehrfolg gesehen, der eine Katazit-Winnerin kommt. Ach so, ja. Und das ist schon nicht schlecht. Ja, ist halt irgendwie jetzt gerade... Du hast keinen Lord liegen, du hast das, was du machen kannst, schon gemacht. Ja, ja, der bleibt auch eine Insel, wenn der Typ das Spiel verlässt. Aha. Fury, uh... Uff... Soll ich Kiki-Iki exiled, oder... Ja. Ja. Kiki... Da geht der Old-Bowler Kiki-Jiki in foil. Der ist auch nicht mehr billig. Und da gehen die vier Schaden auf die beiden Dudes. Jo. Jetzt die große Preisfrage. Was machst du? Ja. Man hat noch die Matrone auf der Hand, dann könnte er halt Trone droppen und dann für fünf hauen. Kann sich einen Piledriver holen und kann dann mal richtig reinwichsen. Ja, das gefällt mir richtig gut. Also man könnte jetzt wirklich die Matrone spielen, für fünf hauen, Piledriver da besuchen, nächste Runde Piledriver und mehr droppen. Hä? Ich glaube, die ist nur inso, solange der im Spiel ist. So, ich weiß, kriegt die eine Flat-Marke? Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wird wahrscheinlich so sein, dass der Tide-Holo, äh, Tide-Shaper. Der Tide-Shaper, ja. Dass der auf dem Feld sein muss. Krass. Krass. Jautmann für sieben und dann opfert man zwei, vier, sechs. Ah, fehlt einer. Da fehlt dann einer. Ein einziger Schadenspunkt. Irgendwo noch einen Goblin herzaubern. Wer hat Liefel gerade? Hm. Wenn man jetzt noch einen zwei-Mana-Goblin auf der Hand hätte, wäre das gar nichts. Hat man aber nicht. Es sind so zwei Matronen. Aber das sieht sehr, sehr schlecht für mehrfolge aus. Sehr, sehr schlecht. Nächste Runde Angriff und dann noch, äh, Bomb You into the Oblivion. Yes. Äh. Das ist der, der kann sie? Ja. Wenn man mehr vorvor zeigt. Normalerweise beim Casten. Hm. Ja. Und dann kann man sich überlegen, ob man den, äh, die Viola auf drei hochtriggert oder nicht. Und das wird auch gemacht. Wunderbare, schöne, kleine Violen-Plays. Ich mag Viola einfach. Mhm. Und Wasteland. Mäh, mäh, mäh. Ja, Thunen wäre noch geil gewesen, aber die Viola ist ja auch getappt. Ja, das ist nächste Runde so oder so over. Das ist ja nur eine Matrone und dann schießt man den kaputt und ja. Ätzend. Das ist jetzt schade. Mhm. Ja gut, was heißt schade? Ähm, es zeigt halt, dass Foodchain Goblins halt auch einfach Beat hauen kann. Das ist genau das, was ich am Anfang des Videos gesagt hab. Ähm, das kann halt auch einfach zuhauen und den geht einfach um. Ja, dadurch, dass die die ganzen Lords auch noch spielen, Muxus ist selber auch ein ziemlich fetter Beat. der muss halt erst mal kommen. Ja genau, kriegst du halt schon relativ häufig. Mehrvolk hat der nicht einen Force gesehen. Nö, kein Force, keine großen Mehrvolk-Tots, weil es keine da sind. Ähm, ja, das ist, das ist, zweimal Drohnen und der, der gute, der, Manetion Expert. Jo. Game 3 erinnert sich was? Glaub nicht. Wenn, wenn Mehrvolk mit, mit Dates spielt, dann werden die rausgenommen, äh, wieder reingebracht. Kann, äh, Food, äh, Goblinsen, ähm, Pyroclasm spielen? Ähm. Nur als Notfallout? Allen zwei Schaden, nee. Nö, jetzt das, wo ich gedacht hätte, das wäre noch eine Möglichkeit. Nee, leider nicht, leider nicht. Ähm. Ansonsten Abreid? Ja, sowas in der Art, wobei, da haben sie auch Goblins für. Naja, aber mehr haben, ne? Ja. Da ist auf jeden Fall ein, äh, Pyrokinis, was heißt es, glaube ich, ähm, ist im Endeffekt ein, äh, ein Fury, not on a stick, aber als Instant. Hm. Yes, in wunderschönen New Border, weil es den nur in New Border vorher gibt. Ja, und da ist auch ein Red Elemental Blast in New Border vorher. Jo, da sind eine Menge Hyde Pieces gekommen und, äh, ich bin gespannt, was Mehrfolg uns zeigt. Aktuellen Wildstart. Ja, was jetzt nicht so schlecht ist, da ist der Mehrfolg, der was tappt. Okay, dann würde man den Dude spielen wollen, der wird, wahrscheinlich? Boah, kann man den einfach durchlassen? Ich glaube, ja. Das war der, der... Tappt. Tappt, ja, der hat jetzt gerade gar nichts gemacht. Nee. Aber ja, auch ganz cool, die Interaktion einfach mit Viola und dem jetzt halt, dass man halt auch nochmal ein Image reinbringen kann, was eine Kopie von ihm wie etwas, was tappen kann. Ja, stimmt. Image schaut man sogar auf der Hand. Das heißt, man kann jetzt einfach angreifen. Ja, okay, man kann sich Pyroblast natürlich auch oder den Red Elemental Blast halt einfach aufhalten für einen Lord oder irgendwas Wichtigeres. korrekt. Weil so eine 2-2-Wurst ist halt irgendwann eine Wurst. Ja, das stimmt. Aber es gibt sehr viel Wichtigeres in dem Weg, klar. Ich hätte ganz lustig, man hätte versuchen können, einen Motorball zu aktivieren, einen Klon davon zu machen und am Ende des Zuges hoffen, dass da eine Muttervoll draus wird. Oh. Das ist der Dude, der ja, der ein paar bloßes günstiger macht und Eile gibt. Kein Angriff. Das heißt, mit einem dementsprechenden Dings, können wir den tappen? Copy, tap. Und jetzt müsste man Pyroclosm. Hm. Weil wenn er die jetzt auf 2 lässt und jetzt einen Lord zieht, ist das Pyroclosm für den Arsch. Okay. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Immer als Pyroclosm. Pyroclosm, genau. Weil die macht ja auch nur 4-Damage. Oh, weißländlich. Ui. Mach eine Nut. Witter 6. Und da müsste man jetzt halt zwei Abwerfen, also zwei Karten abwerfen für 4-Damage. Hm. Was man hier, glaube ich, sogar schon tun kann. Aber man hat halt jetzt Angst vor dem Lord. Und wenn jetzt der Lord kommt, dann ist das immens. Ja, dann schmeißt du drei Handkarten weg und zwei für umsonst. Zwei ab, zwei, ja und die Karte, die du castest. Ne, du hast ein rotes und Pyroclosm. das ist halt grad so ein bisschen der Trick, in den man reingeholt. Ach, das war das rote Force. Ja, ja, genau. Fury with all the stick. Ja, das ist halt, auf der anderen Seite kannst du halt, ich glaube, da kommt es sogar, kannst du halt jetzt einen schönen Stone Rain zaubern, indem die Mutter Volt abknallt. Ja, ja, genau. Die Mutter Volt nimmst du hier auf jeden Fall mit. Leider macht das nicht 5-Damage, sonst könntest du das Image Targeten. Mit einem. Da muss das ja geopfert werden. Ja. Da wird sich, glaube ich, einen Schaden zu wenig gegeben. Nö, wieso? Der Force müsste doch auch einen Schaden machen. Ne. Ne? Also. Ich meine nicht. Das macht, glaube ich, nur Force auf will. Auch die Weiße oder Grüne macht das nicht. Nö, ich kenne nur Force auf will. Das ist ja auch das, was man am meisten spielt. Das ist ja, Contagination wurde zu Zeiten von Man of the Stretch damals gespielt. Damals, weißt du noch, vor allen Dingen Jahren. Contagination, ey. Und, ne, Contagation. Oder Contagation. Contagation. Und wie gesagt, Pyrokenes wurde gespielt. Die Weiße ist kacke und die Dinge auch. Und die wird zum Target. Ja. Zack. Und man zieht fürs Cyclen trotzdem eine Karte. Dementsprechend, ja, da ist passiert, dann haut man für zwei. Man hat leider keinen Mana für die Weile zum Opferen. Ja. Beide Seiten haben aber nicht so die krassesten Sachen, die sie noch haben. Ne, also ein Lord wäre halt richtig geil gewesen. Yes, das wäre auch vernichten gewesen. Jetzt zieht man halt nur Länder nach und hat noch ein Image auf der Hand. Das ist halt auch super. Ja. Aber da kann man auf jeden Fall irgendwas reintricken. Ja. ich hätte da glaube ich das Wasteland gespielt. Safe. Wasteland? Ist das ein Wasteland? Das ist ein Wasteland. Das ist das Unterste. Ha. Ne, ist noch eine Insel. Ist noch eine Insel? Noch eine Insel. alles draus wie ein Wasteland. Ne, ne, mehr Inseln. Weil das die New-Bordered Wastelands sind. Gefährlich. Das wird jetzt, könnte jetzt knapp werden. Aber man hat nur, da scheint was zu fehlen. Boah. Da ist ein Ringleader auf der Hand. Man könnte jetzt den Ding opfern, den 2-2 opfern für den Ringleader. Ja. Geht in den Ringleader, kriegt, muss halt dann hoffen, dass im Ringleader irgendwas dran ist. Das passiert gut. Und es muss aufpassen, dass der Gegner kein Force hat. Wenn der Gegner jetzt einen Force hat, liegen beide blank am Boden. Ja. Die heulen dann im Strahle. Kotzen im Strahle. Ja. Oder ein Blue, der Mitte blasst. Da. Fehlt noch ein Mana. Ne, tut's nicht. Hä, gibt ja 3. Gibt 3 Mana. Gibt 3 Mana. Alter. Boah. Der war gut. Das ist over. Ähm. Das ist eine Matrone. Einen Ignorbel. Zack den. Für 4 rote. 5. Dann, äh, die Matrone. Die Matrone ist man runter auf 2. Genau. Sucht sich den, den Muxus. Zack die Matrone für 4, hat für 6 den Muxus. Oder nimmt dann den Silks Prospector mit dabei. Bäh. Dann ist man auf einem roten Mana. Ähm, ja. Du musst aber vorher, theoretisch musst du vorher die Matrone erst mal triggern lassen, weil du kannst hier auch nicht Instant Spits spielen. Ja, ja. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Genau. Dann nimmt man sich den Muxus. Muxus hat vor allem auch Eile. Ja, dank Lord. Ja. Theoretisch kannst du noch das Image reinwählen als Copy von Muxus. Ja. Und du kannst zumindest ein bisschen Damage... Da hat man 4 Mana bekommen. Für 5 Mana spielt man Muxus. Muxus deckt... 3, 4, 5, 6, 8... Drei Goblins und dabei auch noch den, der Schaden schießt. Und der, der hoffenweise 1-1 spawnt, was auch noch richtig krass ist, dadurch, dass der Muxus dadurch Plus kriegt. Plus alles darf angreifen. Das ist schon... Plus noch eine Matrone. Du hast aber keinen Mana mehr offen. Das war egal. Ja, man hat jetzt einfach gewonnen. Die Matrone-Trigger sucht sich jetzt den Squee raus. Squee castet man für unendlich Mana, dass man den unendlich oft aus dem Exile casten kann. Und castet den dann unendlich oft, indem ein Sling gankt dem Gegner unendlich oft am Kopf. Das ist over. Das ist 2-1 für Food Chain Goblins. Hier wird noch versucht, irgendwas zu machen. Aber ich denke, das ist... Das ist over. Ja. Ich länge den. Ich kopie den Slingging und... Und opfer den. Ja. Nee, den Ringleader für... Guck, oh, kein Goblin. Ja. Das 2-1 für Food Chain Goblins. Sehr cool. Das ist das, was ich gemeint habe mit der Kombo. Das ist schon stark. Ja. Alles klar. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020